So, ich darf jetzt mal in einem Pagani Huayra mitfahren. Ich bin zu klein. Du hast es? Du musst es hart springen. Das ist es. Okay. Ich liebe das Design. Es ist so schön. Viele Frauen lieben dieses Auto. Weil es etwas Besonderes ist. Schmie! Du kennst ihn? Ich habe ihn nur heute gesehen. Das erste Mal. Ja. 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 Das Speed ist an der Lieferuhr. Crazy! Das Auto sieht aus wie ein Raumschiff. Das ist einfach unglaublich. Man hat so viele Knöpfe hier. Und diese Beschleunigung, das kann ich gar nicht beschreiben. Das kann ich nicht in Worte fassen. Also ich sitze zum ersten Mal in einem Pagani. Oh, nice. Das ist eine meiner Lieferung. Das ist eine meiner Lieferung. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist schon mal. Ja, ja. We have a new rear diffuser, new front splitter, new wheels and tyres, new suspension, a new exhaust system. Horatio believes the car should be a piece of art. So everything must be beautiful. This is it. We have a new cable. We are on the other side of the car. This is something we are doing for now. We have one educational school here today. We have a new school that has been moved to our schools. Vielen Dank.